Der Motion Sizer ist so wichtig, um die Beine zu aktivieren und ihre Bewegungen gang zu halten. Die Bewegungen fühlen sich einfach großartig an. Dr. Michael Ho hat über 20 Jahre klinische Erfahrung. Dr. Michael Ho arbeitet seit über 17 Jahren als Arzt für Chiropraktik, Akupunktur und Massagetherapie. Gleich sprechen wir mit Dr. Michael Ho, einem führenden Schmerzspezialisten. Dr. Hows neueste Innovation begeistert und bewegt Menschen. Stellte meine Füße darauf und fühlte sofort, das war etwas Spezielles. Wissen Sie, was ich liebe am Motion Sizer? Die Wärmefunktion. Ich benutze den Motion Sizer in der Sekunde, in der ich nach Hause komme. Als ich den Motion Sizer zum ersten Mal benutzt habe, war ich völlig überrascht, wie er die Beine entspannt. Es ist magisch. Der neueste Trend sind passive Bewegungsübungen. Und heute sind wir hier mit Dr. Ho selbst. Okay, Dr. Ho, alle reden von schonenden, passiven Bewegungsübungen. Was heißt das? Was heißt das? Okay, Kathy. Bewegung ist die Medizin. Aber für die meisten von uns ist es eine große Herausforderung, die nötige Bewegung zu bekommen. Nun, wir haben hier das passive Bewegungstrainingsgerät, den Motion Sizer. Wir schalten ihn mal an. Okay, es geht los. Okay, alles klar. Kannst du es fühlen? Das fühlt sich ziemlich gut an. Der Motion Sizer hat zehn verschiedene Geschwindigkeiten. Warten Sie, das ist erst Stufe 1. Aber schauen Sie, wie sehr sich meine Beine bereits bewegen. Nun, auf niedriger Stufe imitiert es die Bewegung eines langsamen Spaziergangs im Park. Sehen Sie, wie Sie die Sprunggelenke auf und ab bewegen? Ja. Und dann schwingt Ihr Knie und Hüftgelenk hin und her. Mit dem Alter werden alle Gelenke steif. Wenn ich ein rostiges Scharnier in der Tür habe und die Tür nicht mehr bewege, also sage, es ist rostig, ich werde es nicht bewegen. Richtig. Dann wird sich diese Tür irgendwann nicht mehr bewegen. Aber wenn Sie jetzt ein kleines bisschen bewegen, okay, raten Sie, was passiert. Sie werden diese Tür immer besser bewegen können. Und es ist das Gleiche mit den Gelenken. Wir wollen Sie bewegen. Merken Sie sich dies. Bewegung ist Balsam. Okay, das bedeutet Balsam für unsere Gelenke. Exakt. Okay. Wenn Sie zu denen gehören, die steife und schmerzende Gelenke vom Sitzen durchs Alter oder beim Sport bekommen, kann der Motion Sizer helfen, die Beine zu lockern und zu entspannen. Wenn man alt wird, laufen, was wir unser ganzes Leben lang gemacht haben, es wird schwieriger. Nun, als ich das erste Mal von dem Motion Sizer hörte, hatte ich meine Zweifel. Aber ich dachte, ich probiere ihn aus. Ich werde alles ausprobieren. Ich stellte meine Füße darauf, setzte mich und spürte, wie die Vibrationen durch meine ganzen Beine gingen. Und es war ein unglaubliches Gefühl. Es fühlte sich so gut an. Motion Sizer hat mein Leben verändert. Ich fühle mich viel entspannter. Schauen Sie sich den Muskeln an. Sie können sehen, wie alle aktiviert werden für eine bessere Durchblutung. Ich kann die Bewegung von meinen Zehen bis in die Beine spüren. Bis hinauf in die Beine. Das ist großartig. Ausgezeichnet. Wenn wir einen Muskel auf diese Weise anspannen, werden die Muskeln im Grunde geschüttelt und gelockert, was fantastisch ist, um die Muskeln aufzuwecken und die Durchblutung in den Beinen zu fördern, während sie sitzen. Sie werden es lieben, den Motion Sizer zu nutzen. Denn das ist ein passives Bewegungsgerät. Das bedeutet, dass Sie sich nicht bewegen müssen. Das Gerät wird Sie bewegen. Es ist schonend für Ihre Gelenke und Ihre Muskeln. Das Beste ist, dass Sie am nächsten Tag keinen Muskelkater haben werden. Sie fühlen sich einfach gut. Das fühlt sich toll an. Ich liebe die Idee, dass wir, wenn wir keine Zeit haben oder körperlich nicht in der Lage sind, trotzdem fit bleiben können, während wir sitzen. Fit bleiben werden Sie? Fit bleiben werden wir sitzen. Wenn man seine Beine und seine Füße in Bewegung halten kann, kann man auch sitzen und fit bleiben. Als ich älter wurde, hatte ich mehr Probleme beim Gehen und ich hatte Schmerzen in meinen Beinen. Doch dann holte ich mir den Motion Sizer, stellte meine Füße darauf und fühlte sofort, das ist etwas Spezielles. Die Vibrationen gehen wirklich durch die ganzen Beine und es ist wirklich entspannend. Es fühlt sich gut an. Es hat mir wirklich geholfen, mich rundum entspannter zu fühlen. Wenn Sie mehr als zwei oder drei Stunden am Tag sitzen, was passiert dann mit der Flüssigkeitsdynamik in Ihren Beinen? Nun, alles wird ins Stocken kommen und sich nicht bewegen. Sie wollen, dass Ihr Bein aktiv und in Bewegung bleibt. Und das hier hilft Ihnen dabei. Ich stelle einmal diesen Beutel Wasser darauf. Schauen Sie, wie es tanzt. Ja. Oh, du meine Güte. Sehen Sie, wie es die Flüssigkeitsdynamik aktiviert? Oh, schauen Sie sich das an. Sehen Sie? Schauen Sie hin. Wow. Stellen Sie sich jetzt vor, ich mache gar nichts mit diesem Beutel Wasser. Ich lasse ihn einfach dort liegen. Es bewegt sich nichts mehr. Das ist nicht gut. So ist es auch mit der Flüssigkeitsdynamik in Ihrem Körper. Wenn Sie nichts tun, was passiert dann? Nichts bewegt sich mehr. Das ist nicht gesund. Wenn ich das auf einen Motion Sizer stelle, fühlt es sich besser an, weil es in Bewegung kommt und die Durchblutung im Sitzen gefördert wird. Der Körper ist eine Maschine. Wir müssen ihn für eine bessere Durchblutung in Bewegung halten. Bewegung ist Balsam. Bewegung ist Medizin. Nun, ich liebe es einfach, wie sich meine Füße und Beine anfühlen. Von meinen Zehen geht die Bewegung direkt in die Fußsohle und meine Waden hinauf. Ich kann fühlen, dass sie jetzt sehr entspannt sind. Mein Vater war immer sehr aktiv. Und in den letzten paar Jahren habe ich wirklich bemerkt, dass er viel mehr Schmerzen hatte. Wenn ich aufgewacht bin, waren meine Beine sehr steif. Und ich hatte große Schwierigkeiten, mich zu bewegen. Das brach mir einfach das Herz. Und als ich meinem Vater den Motion Sizer zum ersten Mal gab, war er sofort begeistert. Das ist wie tausend kleine Finger an meinen Füßen. Und es bewegt sich hoch zu meinen Waden und zu meinen Oberschenkeln. Und es bringt einfach den Kreislauf in Schwung. Es fühlt sich einfach großartig an. Es hilft wirklich, alles zu lockern und zu entspannen. Dadurch macht mir alles mehr Spaß. Und ich kann wieder etwas mit meiner Tochter unternehmen. Für mich ist es das Wichtigste. Eine weitere Funktion, die Sie lieben werden, ist die Wärme. Ich kann es fühlen. Ich kann fühlen, wie die Wärme meine Muskeln durchdringt und fast durch meine Füße nach oben steigt. Diese Wärme steckt hoch in Ihre Füße. Schauen Sie, wie die ganze Unterseite Ihrer Füße schön warm wird. Und Ihre Zehen sind wirklich aufgewärmt. Ihre Füße werden ganz glücklich sein. Oh ja! Aber damit können Sie Ihre Füße schön, wohlig und warm halten. Du meine Güte! Es fühlt sich unglaublich an. Und ich kann tatsächlich fühlen, wie sich die Muskeln in meinen Füßen entspannen. Bewegung und Wärme für Ihre Füße und Beine. Bestellen Sie Ihren heute. Das wärmende Element ist fantastisch. Und ich liebe es, dass es einstellbar ist. Es geht von 30 bis 50 Grad. So kann ich entscheiden, wie warm ich es will. Kennen Sie das im Winter, wenn Sie draußen sind und die Kälte vom Boden fühlen können? Aber damit fühlen Sie die Wärme vom Boden. Den ganzen Weg hoch durch die Muskeln. Es ist fantastisch. Früher hatte ich immer so kalte Füße. Selbst im Sommer. Der Motion Sizer. Es fühlt sich so gut an, keine kalten Füße zu haben. Ich liebe es einfach. Es ist, als stellt man seine Füße in ein warmes, vibrierendes Bad. Die Wärme beginnt an der Unterseite meiner Füße. Mit der langsamen Vibration ist es wie ein Laufsimulator, den meine Beine wirklich lieben. Die Wärme kommt nach oben und wenn man die Vibration verstärkt, bewegt sie sich die Waden hinauf, sodass sich die Waden lockern. Es ist wie ein Spannungsabbau. Und ab einem bestimmten Punkt beginnen Sie zu tanzen. Es fühlt sich so gut an und wenn Sie aufhören, ist die Entspannung einfach total. Stundenlanges Sitzen kann ungesund sein. Die Muskeln verkrampfen, die Gelenke werden steif und es ist schlecht für den Kreislauf. Menschen mit einem sitzenden Lebensstil wie Senioren, Büroangestellte oder Berufsfahrer und Menschen mit Gesundheitsproblemen sitzen oft stundenlang, ohne sich zu bewegen oder aktiv zu sein. Dies kann zu steifen und schmerzenden Beinen und Füßen führen, was sich auf ihre Mobilität und Gesundheit auswirkt. Dr. Ho bietet eine einzigartige Lösung, mit der man im Sitzen Entspannung erreichen kann. Denken Sie daran, Bewegung ist Medizin und Bewegung ist Balsam. Ab sofort ist eine schonende Art der Bewegung auch im Sitzen möglich. Mit dem Motion Sizer von Dr. Ho. Der bahnbrechenden Innovation, mit der Sie Ihre müden Beinmuskeln durch passive Bewegungsübungen beleben und Ihren Kreislauf unterstützen können. Mit dem Motion Sizer können Sie sich fit halten, während Sie sitzen. Es ist ganz einfach. Sobald Sie ihn einschalten, spüren Sie, wie der Motion Sizer Ihre Beine und Füße bewegt. Der Motion Sizer ist das einzige Gerät auf dem Markt, das passive Bewegungsübungen mit einer Hochgeschwindigkeitsvibrationsmassage und wohltuender Wärme kombiniert, um Ihre Beine und Füße aktiv zu regenerieren. Durch die 10 Geschwindigkeiten können Sie die Intensität an Ihren Bedarf anpassen. Auf den niedrigeren Stufen simuliert der Motion Sizer einen langsamen Spaziergang. Ihre Beine bewegen sich kontinuierlich, während die Sprung, Knie und Hüftgelenke sanft gebeugt und gestreckt werden. Dies kann Ihre steifen Gelenke lockern, verspannte Muskeln lösen und vor allem die Durchblutung in den Beinen anregen. Nutzen Sie die Vorteile eines langsamen Spaziergangs, ohne dafür aufstehen zu müssen. Außerdem ist diese Art der Bewegung nicht belastend und für Erwachsene jeden Alters- und Fitnessniveaus ausführbar, ohne Anstrengung oder Schwitzen. Sie lehnen sich einfach zurück und entspannen sich. Auf den höheren Stufen wird der Motion Sizer zu einem Hochgeschwindigkeitsvibrationsmassagegerät. Sie können spüren, wie die tiefen Vibrationen die Muskeln und Gelenke in Ihren Beinen und Füßen bewegen und lockern. Ihre Beine und Füße werden sich erfrischt und entspannt anfühlen. Nicht zuletzt bietet der Motion Sizer wohltuende Wärme für Ihre Zehen und Fußunterseiten. Sie werden es lieben, wenn Ihre Füße kalt oder schlecht durchblutet sind. Kommen Sie morgens mit ihm in Schwung. Nutzen Sie ihn im Büro unter dem Schreibtisch oder entspannen Sie sich am Ende des Tages. Rufen Sie jetzt an oder bestellen Sie online und Sie erhalten den Motion Sizer für nur vier kleine Raten. Sie erhalten den Dr. Hose Motion Sizer mit zehn Intensitätsstufen und einstellbaren Wärmeeinstellungen, um jede Sitzung an Ihre eigenen Vorlieben und Bedürfnisse anzupassen. Außerdem erhalten Sie das Bedienungshandbuch sowie diese kabellose Fernbedienung, mit der Sie die Einstellungen während Ihrer Sitzung einfach ändern können. Aber das ist erst der Anfang. Bestellen Sie jetzt und Sie erhalten das Easy Schaumkissen zu einem speziell reduzierten TV-Preis. Das luxuriöse Easy Schaumkissen bietet Ihnen die perfekte Unterstützung für erholsamen Schlaf. Sie erhalten den Dr. Hose Motion Sizer mit zehn Intensitätsstufen und einer Fernbedienung zu diesem unglaublichen Preis. Und fragen Sie auch nach exklusiven Rabatten für das Easy Schaumkissen. Stellen Sie sich vor, wie gut es sich anfühlt, wenn Sie sich im Sitzen passive Bewegungsübungen, eine entspannende Vibrationsmassage und wohltuende Wärme gönnen. Das ist Ihre Chance, den Dr. Hose Motion Sizer auszuprobieren, um Ihre Beine und Füße zu beleben. Dieses Angebot ist nicht im Einzelhandel erhältlich. Warten Sie nicht. Rufen Sie jetzt an oder bestellen Sie online, um von diesem unglaublichen Angebot zu profitieren. Rufen Sie jetzt an und zahlen Sie risikolos auf Rechnung per Nachname PayPal, Amazon Pay und Klarna. Bestellen Sie jetzt und Genius gewährt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Sollten Sie nicht zufrieden sein, schicken Sie Ihren Dr. Hose Motion Sizer einfach zurück. Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie online unter www.genius.tv Durch die Verwendung von Motion Sizer bewegen sich meine Beine, Füße und Knie. Ich empfehle es, denn es funktioniert. Es ist traumhaft. Es fühlt sich so gut an. Und jetzt fühlt es sich einfach so an, als wären meine Beine... Wow! Als ich den Motion Sizer zum ersten Mal benutzt habe, war ich völlig überrascht. Ich konnte den Spannungsabbau spüren. Es ist magisch. Stundenlanges Sitzen kann ungesund sein. Wir sitzen zu viel zu Hause, im Auto und vor allem im Büro bei der Arbeit. Mit dem Motion Sizer können Sie ihn sogar unter Ihren Schreibtisch stellen und das Gerät wird Sie aktiv halten, während Sie sitzen. Das ist ein passives Bewegungsübungsgerät, das Ihre Sprung-, Knie- und Hüftgelenke bewegt. Er hilft, die Gelenke zu schmieren, was sich fantastisch anfühlt, wenn Ihre Gelenke steif und schmerzhaft sind. Und jetzt noch etwas. Schauen Sie sich den Muskeln an. Die vorderen und hinteren Oberschenkelmuskeln, der Schienbein und Wadenmuskeln werden aktiviert. Die Muskeln werden bewegt, gelockert und fühlen sich danach belebt und entspannt an. Dadurch wird auch die Durchblutung in den Beinen gefördert. Nun, schauen Sie, wenn ich diesen Beutel mit Wasser in der Luft halte, bewegt sich nichts. Nicht so gut. Aber wenn wir ihn auf den Motion Sizer stellen, schauen Sie, was passiert. Er aktiviert die Flüssigkeitsdynamik. Stellen Sie sich also vor, wenn Ihre Füße und Beine darauf stehen, wie gut das ist für die Flüssigkeit in Ihren Füßen und Beinen, für die Durchblutung. Diese Art passiver Bewegungsübung heißt, Sie müssen sich gar nicht bewegen. Der Motion Sizer bewegt Sie. Das bedeutet, er ist schonend für Ihre Muskeln und Gelenke. Es ist keine Überlastung. Und das Beste ist, dass Sie am nächsten Tag keinen Muskelkater haben werden. Stellen Sie sich also vor, Sie benutzen ihn nach dem Training, Sport, wenn Sie den ganzen Tag auf den Füßen oder Arbeiten waren, wenn Sie den ganzen Tag gearbeitet haben oder einfach nach stundenlangen Sitzen. Ihre Muskeln werden sich so gut anfühlen. Bei der Arbeit sitze ich so viele Stunden am Schreibtisch, dass ich nicht genug Bewegung bekomme und ich komme zu spät nach Hause, um ins Fitnessstudio zu gehen. Ich bin zu müde. Normalerweise schmerzen meine Füße und Beine nach der Arbeit. Als ich anfing, den Motion Sizer zu benutzen, hat er meine Füße und Beine entspannt. Er entspannt mich bei der Arbeit und bringt Bewegung in meinen Körper, während ich arbeite. Ich würde den Motion Sizer empfehlen, weil es eine tolle Möglichkeit ist, Bewegung in den Körper zu bringen, selbst wenn man keine Zeit hat und weil er hilft, zu entspannen. Ich liebe den Motion Sizer. Er ist ein passives Bewegungsübungsgerät. Er hat 10 Intensitätsstufen. Bei niedriger Geschwindigkeit imitiert er die Bewegung Ihrer Sprunggelenke und Füße bei einem langsamen Spaziergang. Bei hoher Geschwindigkeit wird er zu einem tiefen Vibrationsmassagegerät für Ihre Füße und Beine. Das fühlt sich so gut an. Er bewegt Ihre Gelenke, aktiviert Ihre Muskulatur und lockert und belebt Ihre Beine. Oh, Sie werden das lieben. Sie erhalten damit eine Wärmetherapie. Stellen Sie sich vor, wie der Motion Sizer die Unterseite Ihrer Füße und Ihrer Zehen wärmt. Ihre Füße werden sehr glücklich sein. Nun, der Motion Sizer ist einfach zu bedienen. Sie brauchen sich nur zu setzen, Ihre Beine draufzulegen, ihn einzuschalten, die Geschwindigkeit zu wählen, die Ihnen gefällt und er macht die Arbeit für Sie. Sehen Sie, wie es das Sprunggelenk und Kniegelenk bewegt und auch das Hüftgelenk. Und sehen Sie, wie es die Muskeln aktiviert, um die Durchblutung zu fördern. Das Schöne daran ist, dass es keine Überlastung ist. Es ist schonend und gut für Sie. Es übt keinen Druck auf Ihre Gelenke, Ihr Gewebe oder Ihre Muskeln aus und es fördert die Durchblutung, während Sie sitzen. Der Motion Sizer ermöglicht Ihnen, im Sitzen fit zu bleiben. Und die Wärme, wenn Sie kalte Füße haben, werden Sie es lieben. Sie stellen Ihre Füße drauf und spüren sofort eine wohltuende Wärme. Und danach sind Ihre Muskeln, schauen Sie sich das an, wow. Sie sehen, was mit den Oberschenkelmuskeln, den Waden- und Schienbahnmuskeln passiert. Das gesamte Bein bewegt sich und Sie werden sich so gut fühlen, während Sie sitzen. Im Anschluss einfach großartig. So, Bewegung und Wärme für Ihre Füße und Beine. Und Kathy, wissen Sie, wer davon profitieren würde? Ich kann mir keine einzige Person vorstellen, die nicht davon profitieren würde. Richtig. Wenn Sie der Typ Mensch sind, der mehr als zwei oder drei Stunden am Tag sitzt oder im höheren Alter ist, können Sie dies verwenden, während Sie lesen, fernsehen oder ein Eckerchen machen. Oder nutzen Sie ihn im Büro unter dem Schreibtisch. Auch perfekt für Studenten, Berufsfahrer. Oder wenn Sie enge Schuhe tragen. Stellen Sie sich vor, wenn Sie am Ende des Tages nach Hause kommen und den Motion Sizer benutzen, um die Beinmuskulatur zu lockern und zu beleben. Also wenn Sie Aktivität in den Beinen halten möchten, während Sie sitzen, probieren Sie den Motion Sizer aus. Sie werden es absolut lieben. Ich habe mein ganzes Leben lang auf dem Bau gearbeitet. Und das hat meinem Körper einen enormen Schaden zugefügt. Es begann ganz harmlos mit einem Schmerz hier und da. Aber im Laufe der Jahre wurde es immer schwieriger, das zu tun, was ich gerne tue. Abgesehen davon, dass ich nicht mehr in der Lage war, die normalen Dinge im Haus zu erledigen. Ich war gerne draußen in der Natur und ging spazieren. Und mit jedem Schritt ist es manchmal unerträglich. Ich benutze den Motion Sizer als erstes am Morgen mit Kaffee und Frühstück. Aber meine Lieblingszeit ist am Abend, wenn ich meine Lieblingssendung im Fernsehen ansehe. Ich kann alle Aktivitäten rund um das Haus erledigen. Ich kann lange Spaziergänge in der Natur machen und meine Beine fühlen sich entspannt an. Aber was ich im Moment wirklich mag, ist, dass ich viel Zeit mit meiner Enkelin verbringen kann. Und mit ihr mithalten kann. Stundenlanges Sitzen kann ungesund sein. Die Muskeln verkrampfen, die Gelenke werden steif und es ist schlecht für den Kreislauf. Menschen mit einem sitzenden Lebensstil wie Senioren, Büroangestellte oder Berufsfahrer und Menschen mit Gesundheitsproblemen sitzen oft stundenlang, ohne sich zu bewegen oder aktiv zu sein. Dies kann zu steifen und schmerzenden Beinen und Füßen führen, was sich auf ihre Mobilität und Gesundheit auswirkt. Dr. Ho bietet eine einzigartige Lösung, mit der man im Sitzen Entspannung erreichen kann. Denken Sie daran, Bewegung ist Medizin und Bewegung ist Balsam. Ab sofort ist eine schonende Art der Bewegung auch im Sitzen möglich. Mit dem Motion Sizer von Dr. Ho. Der bahnbrechenden Innovation, mit der Sie Ihre müden Beinmuskeln durch passive Bewegungsübungen beleben und Ihren Kreislauf unterstützen können. Mit dem Motion Sizer können Sie sich fit halten, während Sie sitzen. Es ist ganz einfach. Sobald Sie ihn einschalten, spüren Sie, wie der Motion Sizer Ihre Beine und Füße bewegt. Der Motion Sizer ist das einzige Gerät auf dem Markt, das passive Bewegungsübungen mit einer Hochgeschwindigkeitsvibrationsmassage und wohltuender Wärme kombiniert, um Ihre Beine und Füße aktiv zu regenerieren. Durch die 10 Geschwindigkeiten können Sie die Intensität an Ihren Bedarf anpassen. Auf den niedrigeren Stufen simuliert der Motion Sizer einen langsamen Spaziergang. Ihre Beine bewegen sich kontinuierlich, während die Sprung, Knie und Hüftgelenke sanft gebeugt und gestreckt werden. Dies kann Ihre steifen Gelenke lockern, verspannte Muskeln lösen und vor allem die Durchblutung in den Beinen anregen. Nutzen Sie die Vorteile eines langsamen Spaziergangs, ohne dafür aufstehen zu müssen. Außerdem ist diese Art der Bewegung nicht belastend und für Erwachsene jeden Alters- und Fitnessniveaus ausführbar. Ohne Anstrengung oder Schwitzen. Sie lehnen sich einfach zurück und entspannen sich. Auf den höheren Stufen wird der Motion Sizer zu einem Hochgeschwindigkeitsvibrationsmassagegerät. Sie können spüren, wie die tiefen Vibrationen die Muskeln und Gelenke in Ihren Beinen und Füßen bewegen und lockern. Ihre Beine und Füße werden sich erfrischt und entspannt anfühlen. Nicht zuletzt bietet der Motion Sizer wohltuende Wärme für Ihre Zehen- und Fußunterseiten. Sie werden es lieben, wenn Ihre Füße kalt oder schlecht durchblutet sind. Kommen Sie morgens mit ihm in Schwung. Nutzen Sie ihn im Büro unter dem Schreibtisch oder entspannen Sie sich am Ende des Tages. Rufen Sie jetzt an oder bestellen Sie online und Sie erhalten den Motion Sizer für nur vier kleine Raten. Sie erhalten den Dr. Hose Motion Sizer mit zehn Intensitätsstufen und einstellbaren Wärmeeinstellungen, um jede Sitzung an Ihre eigenen Vorlieben und Bedürfnisse anzupassen. Außerdem erhalten Sie das Bedienungshandbuch sowie diese kabellose Fernbedienung, mit der Sie die Einstellungen während Ihrer Sitzung einfach ändern können. Aber das ist erst der Anfang. Bestellen Sie jetzt und Sie erhalten das Easy Schaumkissen zu einem speziell reduzierten TV-Preis. Das luxuriöse Easy Schaumkissen bietet Ihnen die perfekte Unterstützung für erholsamen Schlaf. Sie erhalten den Dr. Hose Motion Sizer mit zehn Intensitätsstufen und einer Fernbedienung zu diesem unglaublichen Preis. Und fragen Sie auch nach exklusiven Rabatten für das Easy Schaumkissen. Stellen Sie sich vor, wie gut es sich anfühlt, wenn Sie sich im Sitzen passive Bewegungsübungen, eine entspannende Vibrationsmassage und wohltuende Wärme gönnen. Das ist Ihre Chance, den Dr. Hose Motion Sizer auszuprobieren, um Ihre Beine und Füße zu beleben. Dieses Angebot ist nicht im Einzelhandel erhältlich. Warten Sie nicht. Rufen Sie jetzt an oder bestellen Sie online, um von diesem unglaublichen Angebot zu profitieren. Rufen Sie jetzt an und zahlen Sie risikolos auf Rechnung per Nachname Paypal, Amazon Pay und Klarna. Bestellen Sie jetzt und Genius gewährt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Sollten Sie nicht zufrieden sein, schicken Sie Ihren Dr. Hose Motion Sizer einfach zurück. Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie online unter www.genius.tv Mit dem Motion Sizer fühlt es sich auf der niedrigsten Stufe wie Gen an. Was ich wirklich liebe ist, wenn man ihn auf die höhere Stufe stellt. Dann ist es wirklich intensiv. Es geht hinauf bis in die Hüften und es fühlt sich an, als würde es wirklich etwas für das Bein tun. Der Motion Sizer ist so wichtig, um die Bewegung in Gang zu bringen und zu halten. Aber es ist auch einfach sehr entspannend. Sie werden es lieben, den Motion Sizer zu benutzen. Er macht so viel Spaß. Sie müssen gar nichts tun. Sie stellen einfach Ihre Beine drauf. Es sind passive Bewegungsübungen. Es bewegt Ihre Sprunggelenke, Ihre Knie, Ihre Hüfte und hilft damit, diese Gelenke zu schmieren, damit Sie sich lockern. Und wenn Sie müde und schmerzende Beine von der Arbeit haben, können Sie sich einfach ins Bett legen, Ihre Füße hochlegen und mit dem Motion Sizer Ihre Muskulatur entspannen und beleben, sodass Sie sich die ganze Nacht gut fühlen können. Nun Graham, wie gefällt es Ihnen bisher? Ich fühle mich ziemlich gut. Sie fühlen sich ziemlich gut, okay? Hören Sie, es ist sehr leise. Sie können lesen oder arbeiten oder fernsehen. Wow, schauen Sie sich die Muskeln hier an. Sie werden wirklich aktiviert, wenn Sie Ihre Schienbein- und Wadenmuskulatur und Ihre Oberschenkelmuskulatur aktivieren können. Wie wunderbar würde sich das anfühlen? Und sehen Sie sich die Wärmefunktion an. Sie werden die Wärme lieben, weil sie so wohltuend ist. Sie wird die Unterseite Ihrer Füße wärmen und Ihre Zehen. Und wenn Ihre Zehen warm sind, werden Ihre Füße sehr glücklich sein. Wirklich glücklich. Ich denke, Sie werden das wirklich genießen, weil es so belebend für Ihre Füße und Beine ist. So einfach zu bedienen. Sie setzen sich einfach auf einen Stuhl, legen Ihre Füße auf den Motion Sizer und legen den Schalter um. Fertig. Sie fühlen sich gut. Einfach gut. Er ist stabil. Es ist gut verarbeitet. Mein allererster Eindruck war, das ist ein sehr hochwertiges Produkt. Ich empfehle den Motion Sizer jedem, der den ganzen Tag auf den Beinen ist oder schmerzende Beine hat. Auch nach dem Sport. Er ist wirklich, wirklich eine große Erleichterung. Wirklich, ich empfehle den Motion Sizer, weil er mir die Freiheit zurückgegeben hat, einfach ich selbst zu sein. Ich würde den Motion Sizer für jeden empfehlen, denn er funktioniert für mich. Und ich denke, wenn er für mich funktioniert, funktioniert er für jeden. Lassen Sie uns die Geschwindigkeit erhöhen. Bei höherer Geschwindigkeit Stufe 2. Okay. Stufe 3. Wow. Es wird zu einem Vibrations- und Hochfrequenzmassagegerät. Wow. Sie können fühlen, wie jeder Muskel in Ihren Beinen aktiviert wird und es fühlt sich fantastisch an. Also stellen Sie sich vor, das nach einem langen, harten Tag zu benutzen. Oh, auf jeden Fall. Also wenn Ihre Muskeln müde sind und schmerzen, wenn Sie nach Hause kommen, stellen Sie Ihre Füße und Beine drauf und es wird Ihre Muskeln so angenehm beleben. Und für diejenigen, die einfach zu Hause sitzen, Sie können währenddessen fernsehen oder lesen oder ein Nickerchen machen. Wissen Sie, wer meiner Meinung nach wirklich davon profitieren würde? Es gibt so viele Menschen, die, wenn es draußen kalt wird und die Straßen vereist sind, ausrutschen und stürzen. Ganz genau. Aber Sie versuchen aktiv zu bleiben. Das wäre eine tolle Alternative, wenn das Wetter draußen kalt wird. Denken Sie doch mal an Ihre Großeltern, Ihre Mutter und Ihren Vater, die, wie Sie schon sagten, gesundheitliche Probleme haben und sich nicht regelmäßig bewegen können. Warum schenken Sie Ihnen nicht etwas, das Ihnen hilft, aktiv zu bleiben, während Sie sitzen? Hiermit fühlt es sich so gut an, während Sie es benutzen. Und danach fühlen Sie sich fantastisch. Kathy, nimm noch mal kurz die Füße runter. Ich will gar nicht. Wie fühlt sich das an? Oh, wie kribbelnd in meinen Füßen. Das fühlt sich so gut an. Alles kann sich lebendig anfühlen. Da kommt dieses kribbelnde Gefühl auf. Es ist schwer zu beschreiben, wie sich das anfühlt, bis man es tatsächlich ausprobiert hat. Rufen Sie jetzt an und verpassen Sie nicht diese unglaubliche Chance, auf so viele Arten Entspannung in Ihre Füße und Beine zu bringen. Ich arbeite in einer alten Pflegeeinrichtung, aber es ist wirklich schwierig. Es sind lange Stunden, viel stehen, viel hin- und herlaufen. Deshalb tun mir am Ende des Tages meine Beine wirklich weh. Die Unterseite meiner Füße brennt. Meine Waden sind einfach wie zugeschnürt. Als ich den Motion Sizer bekam, war ich so aufgeregt. Ich wollte rufen, Halleluja. Ich war so glücklich. Ich dachte, da ist Hoffnung. Es ist unglaublich. Ich habe fast keine Worte dafür. Ich starte mit der Wärme. In der Sekunde, wenn die Wärme meine Füße erreicht, beginne ich mich zu entspannen. Meine Beine beginnen gern auf niedriger Vibrationsstufe und dann eine langsame Steigerung. Je stärker man es macht, desto höher bewegt sich die Wärme die Waden hinauf. Ab einem bestimmten Punkt tanzen sie. Es fühlt sich so gut an. So gut. Stundenlanges Sitzen kann ungesund sein. Die Muskeln verkrampfen, die Gelenke werden steif und es ist schlecht für den Kreislauf. Menschen mit einem sitzenden Lebensstil wie Senioren, Büroangestellte oder Berufsfahrer und Menschen mit Gesundheitsproblemen sitzen oft stundenlang, ohne sich zu bewegen oder aktiv zu sein. Dies kann zu steifen und schmerzenden Beinen und Füßen führen, was sich auf ihre Mobilität und Gesundheit auswirkt. Dr. Ho bietet eine einzigartige Lösung, mit der man im Sitzen Entspannung erreichen kann. Denken Sie daran, Bewegung ist Medizin und Bewegung ist Balsam. Ab sofort ist eine schonende Art der Bewegung auch im Sitzen möglich. Mit dem Motion Sizer von Dr. Ho. Der bahnbrechenden Innovation, mit der Sie Ihre müden Beinmuskeln durch passive Bewegungsübungen beleben und Ihren Kreislauf unterstützen können. Mit dem Motion Sizer können Sie sich fit halten, während Sie sitzen. Es ist ganz einfach. Sobald Sie ihn einschalten, spüren Sie, wie der Motion Sizer Ihre Beine und Füße bewegt. Der Motion Sizer ist das einzige Gerät auf dem Markt, das passive Bewegungsübungen mit einer Hochgeschwindigkeitsvibrationsmassage und wohltuender Wärme kombiniert, um Ihre Beine und Füße aktiv zu regenerieren. Durch die zehn Geschwindigkeiten können Sie die Intensität an Ihren Bedarf anpassen. Auf den niedrigeren Stufen simuliert der Motion Sizer einen langsamen Spaziergang. Ihre Beine bewegen sich kontinuierlich, während die Sprung, Knie und Hüftgelenke sanft gebeugt und gestreckt werden. Dies kann Ihre steifen Gelenke lockern, verspannte Muskeln lösen und vor allem die Durchblutung in den Beinen anregen. Nutzen Sie die Vorteile eines langsamen Spaziergangs, ohne dafür aufstehen zu müssen. Außerdem ist diese Art der Bewegung nicht belastend und für Erwachsene jeden Alters- und Fitnessniveaus ausführbar, ohne Anstrengung oder Schwitzen. Sie lehnen sich einfach zurück und entspannen sich. Auf den höheren Stufen wird der Motion Sizer zu einem Hochgeschwindigkeitsvibrationsmassagegerät. Sie können spüren, wie die tiefen Vibrationen die Muskeln und Gelenke in Ihren Beinen und Füßen bewegen und lockern. Ihre Beine und Füße werden sich erfrischt und entspannt anfühlen. Nicht zuletzt bietet der Motion Sizer wohltuende Wärme für Ihre Zehen und Fußunterseiten. Sie werden es lieben, wenn Ihre Füße kalt oder schlecht durchblutet sind. Kommen Sie morgens mit ihm in Schwung. Nutzen Sie ihn im Büro unter dem Schreibtisch oder entspannen Sie sich am Ende des Tages. Rufen Sie jetzt an oder bestellen Sie online und Sie erhalten den Motion Sizer für nur vier kleine Raten. Sie erhalten den Dr. Hose Motion Sizer mit zehn Intensitätsstufen und einstellbaren Wärmeeinstellungen, um jede Sitzung an Ihre eigenen Vorlieben und Bedürfnisse anzupassen. Außerdem erhalten Sie das Bedienungshandbuch sowie diese kabellose Fernbedienung, mit der Sie die Einstellungen während Ihrer Sitzung einfach ändern können. Aber das ist erst der Anfang. Bestellen Sie jetzt und Sie erhalten das Easy Schaumkissen zu einem speziell reduzierten TV-Preis. Das luxuriöse Easy Schaumkissen bietet Ihnen die perfekte Unterstützung für erholsamen Schlaf. Sie erhalten den Dr. Hose Motion Sizer mit zehn Intensitätsstufen und einer Fernbedienung zu diesem unglaublichen Preis. Und fragen Sie auch nach exklusiven Rabatten für das Easy Schaumkissen. Stellen Sie sich vor, wie gut es sich anfühlt, wenn Sie sich im Sitzen passive Bewegungsübungen, eine entspannende Vibrationsmassage und wohltuende Wärme können. Das ist Ihre Chance, den Dr. Hose Motion Sizer auszuprobieren, um Ihre Beine und Füße zu beleben. Dieses Angebot ist nicht im Einzelhandel erhältlich. Warten Sie nicht! Rufen Sie jetzt an oder bestellen Sie online, um von diesem unglaublichen Angebot zu profitieren. Rufen Sie jetzt an und zahlen Sie risikolos auf Rechnung per Nachname PayPal, Amazon Pay und Klarna. Bestellen Sie jetzt und Genius gewährt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Sollten Sie nicht zufrieden sein, schicken Sie Ihren Dr. Hose Motion Sizer einfach zurück. Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie online unter www.genius.tv